Hallo, ich bin Patrick Rana, Ausbilder für Zersparungsmechaniker bei Kehrberg in Zerwalde. Viele von euch wissen gar nicht, was ein Zersparungsmechaniker am Alltag machen. Das wollen wir euch heute mal näher bringen. Hier, das ist eine CNC-Maschine. Dort seht ihr die unterschiedlichen Werkzeichen und unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren. Dann können die Drehteile hergestellt werden. Zum Beispiel drehen, fräsen und bohren. Das ist das Ziel von einem Zersparungsmechaniker zum Ende der Lehre. Wollt ihr mal wissen, was ein Azubi bei uns im zweiten Lehrjahr macht? Dann gehen wir uns jetzt mal angucken. Das ist Niklas, er ist im zweiten Lehrjahr als Zersparungsmechaniker. Und er hat jetzt gerade hier an der Maschine programmiert. Ich habe gerade dieses Programm erstellt. Ich habe die M- und die G-Befehle fertig angepasst. Die M-Befehle sind die einzelnen Maschinenbefehle. Und die G-Befehle sind die Fahrbefehle der Maschine. Wir produzieren jetzt einen Teil und gehen danach in den Messraum. Wir sind jetzt im Messraum, haben das Teil auf das Objektiv gestellt. Kannst du dir vorstellen, warum? Hm, ich denke, wir überprüfen damit die Qualität unserer Teile. Das ist wichtig. Und wir überprüfen die Maßhaltigkeit der Teile. Das heißt, ob die Maße, die auf der Zeichnung angegeben sind, auch passen. So wie hier können wir uns ganz genau nachvollziehen, ob die Winkelangabe, die auf der Zeichnung angegeben ist, auch passt. Und wir sehen, sie passt. Der Zersparnungsmechaniker ist ein abwechslungsreicher und spannender Beruf. Aus unterschiedlichen Materialien werden unterschiedliche Teile gepartigt. Und das ist das Ziel für einen Zersparnungsmechaniker. Niklas, wie bist du eigentlich zu dem Beruf des Zersparnungsmechanikers gekommen? Ich habe durch einen Vortrag meiner Berufsberatung zum ersten Mal vom Beruf des Zersparnungsmechanikers gehört. Habe mich danach sofort im Internet informiert und mich entschieden, dann ein Praktikum zu machen. Als mir das sehr gut gefallen hat, hatte ich sehr hohe Erwartungen an meine Ausbildung, die sich erfüllt haben. Habt ihr Bock auf eine abwechslungsreiche und spannende Ausbildung? Dann bewerbt euch bei uns. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020